Es sieht dramatisch aus an den Börsen. Wir hatten schon gedacht, jetzt ist es vorbei, jetzt können wir dann so langsam wieder loslegen. Aber nein, wir haben genau unsere klassische Situation. Schub nach unten, wir haben drüber gesprochen und anschließend ein bisschen wackelig nach oben. Wir hatten die Chance gesehen, dass wenn diese Wackelkiste hier so halbwegs, ich hoffe, dass man das erkennen kann, dass es einigermaßen scharf ist, wenn diese Wackelkiste nach oben irgendwas triggert, das wäre ein gutes Zeichen gewesen. Alternativ, wenn es auf der Unterseite getriggert wird. Das haben wir gesehen, der Markt ist tatsächlich gefallen. Es ist also charttechnisch mal wieder typisch, aber vielleicht nicht in jedermanns Sinne. Hat sich daran was geändert? Also wenn ich ehrlich bin, so richtig scharf bin ich noch nicht auf die bullische Seite. Es kann sein, dass sich das jetzt ändert, denn wir kommen immerhin ein bisschen hier nach oben. Das gibt zumindest mal eine Chance. Schub hoch, wackelig runter, Schub, das ist hier sehr klein. Im 15 Minuten Chart beim DAX Index hier zu sehen. Trotzdem schon mal als Hinweis, was gehen könnte. Aber ebenfalls der Hinweis, wenn wir dieses kleine Zwischentief, ich hoffe, man kann sehen, ich fahre mal einmal ran, nicht Hautkrebs kriegen, wenn man hier nicht sehen kann oder Augenkrebs, wenn der Markt hier unscharf oder der Chart unscharf hier zu sehen ist. Aber dieses kleine Zwischentief, nicht das unterste Tief, das Zwischentief hier, wenn das getriggert wird, das wäre eigentlich eine klassische Situation, um dann nochmal auf die Short-Seite zu gehen. So, jetzt will ich aber auch nochmal Shimizu-san befragen, was er zu sagen hat, denn er weiß immer ganz viel, ah, ich bin mir in der Seite. Er weiß immer ganz viel, deshalb wollen wir mal zuerst zu ihm gehen, Shimizu-san. Was ist das wichtigste für dich heute? Wenn du nicht wusstest, und wenn du ein Mitglied des Parlaments des Vereinigten Staates bist, dann gehst du besser zurück in London, weil die Session ist auf. Wenn du denkst, dass du in einer Fläche bleiben könntest, bis zum 14. Oktober 14. Well, da hat sich ein Significant change in der nächsten Jahre. Und Chances sind da, dass, wiederum, UK, wird zum EU mit einem kinder Verkaufst. Wo der Herr Minister Johnson ist obligiert zu haben, dass das eine Verkaufst. Also, wir sind in der Storz, und Storz, gegen den Euro, gegen den Dollar, gegen den Yen. und uh obviously european stock index so is uh trading a little bit lower and we're expecting u.s market to open unchanged or maybe like a little bit touch lower uh this is we have only few days left in september end of the third quarter uh there's a lot of things in there but then again we can't really focus any one of those things this is the age or this is the day that you're living happy trading thanks a lot thanks for your insights okay ich werde das nochmal schnell zusammenfassen er hatte gesagt also wer jetzt tatsächlich in amerika in amerika sage ich in uk abgeordnete ist der sollte ganz schnell hingehen es könnte sich nämlich was ändern also nichts von wegen urlaub sondern tatsächlich dann auge drauf lassen im moment tut sich da einiges und tatsächlich tut sich einiges auch beim fund sterling denn das hat sich heftig bewegt wer den kurs sieht sterling wird immer gewichtiger wertet gerade wie wild auf das macht sich bemerkbar das ist falsch was ich sage es ist genau umgekehrt ein fund gegen us dollar wenn ich das richtig gesehen habe im chart geht im moment wie wild nach unten aber was ist entscheidender als der chart in dem fall naja wir gucken einfach auf die bewegung die ist heftig eben in dem fall nach unten das heißt wir brauchen weniger dollar um hier noch auf das fund sterling da zu kommen wir wissen offensichtlich tut sich da was was ich tun wird ja das weiß keiner so richtig naja es ist nichts wirklich neues dass großbritannien offensichtlich der in schwierigkeiten geraten könnte weil es eben ein no deal gibt und man nicht so richtig weiß wie sich das ganze auflösen wird das macht die situation nicht einfacher er sagte noch erwies noch darauf hin dass der markt heute in amerika wahrscheinlich eher ungefähr auf gleichem niveau aufmachen wird möglicherweise ein bisschen schwächer zumindest ist dass die vorindikation insgesamt wir haben eben auf den dax index ja schon mal geguckt sieht es gar nicht so toll aus weil die schübe zumindest noch mal nach unten gehen jetzt ist es also entscheidend zu gucken wohin kommt dann mal wieder ein schub oder wann kommt mal wieder ein schub nach oben und wenn das passiert möglichst korrektive rücksetzer um dann eben in den markt rein zu kommen das kann man eigentlich als einziges im moment empfehlen denn nachrichtentechnisch die ganz großen nachrichten aus meiner sicht die fehlen im moment im markt aber wir sehen dass der markt doch relativ panisch auch oft nicht ganz so große nachrichten im moment reagiert und deshalb sollte könnte müsste man da in dem fall ein bisschen vorsichtiger sein so sagt chemise san ich sehe es genauso und empfehle da genau auf den schaden drauf zu gucken ich muss jetzt hier zum ende kommen denn die sendung startet in wenigen sekunden und deshalb kommen wir hier nochmal einmal zum gruppenbild zusammen chemise sagen okay das ist das gruppenbild mit dame hier zum schluss noch mal euch alles gute einen wunderbaren trading tag und toi 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 alles gute alles gute alles gute